Und ja, zum Beispiel gibt es jetzt ein Video von Sigmund. Ja, Sigmund ist ein Zuschauer, würde ich auch sagen, der gerade in letzter Zeit sehr, sehr aktiv meine Videos schaut und fast unter jedem Video kommentiert. Oder? Ist das Sigmund? Doch, ich glaube, es war Sigmund. Ich habe das Video noch nicht angeguckt, deswegen kann ich es zu dem Video gar nicht sagen. Ich habe aber, weil wir einen Film, ich habe mit meiner Freundin einen Film angeguckt, beziehungsweise eine Serie angeguckt und habe aber schon mal in die Kommentare geschaut und da war eine Sache, wo ich mich gefragt habe, ob er wirklich so aktiv meine Videos anschaut oder was da das Problem ist. Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Und zwar, Alpha Kevin scheint ja sehr tolle Vorstellungen von der Periode zu haben, wenn er das mit Splatterfilm vergleicht. Vielleicht hat er ja noch keine Freundin gehabt. Allerdings kenne ich erwachsene Männer, die schon einen Infarkt simulieren, wenn ein verpackter Tampon auf dem Wohnzimmertisch liegt. Sigi schreibt dann, er hat eine, aber in seinen Streams sagt er nur komische, herablassende Scheiße zu ihr, weil es ja so lustig ist. Ich weiß nicht, was für Streams Sigmund ist. Es kann sein, dass ich mal aus Choke irgendeinen Witz gemacht habe, aber als ob ich meine Freundin, also wirklich, als ob ich meine Freundin hier so schlecht darstelle. Also ich weiß, also keine Ahnung, man. Ich weiß nicht, ob er schon mal in meinem Stream wirklich mit am Start hat. Also der war ja schon öfter bei mir mit dem Stream am Start. Ich check den Kommentar zu 0%. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Video wird. Kann sein, dass das ein sehr gutes Video wird. Kann aber auch sein, dass es mich enttäuscht. Scheint aber relativ gut angekommen zu sein. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. 14 Minuten, 39 über mich. Und es geht über das Video mitreden, wenn Männer an allem schuld sind. Aus irgendeinem Grund haben wir in der Meinungsblocker-Szene wieder das Jahr 2016 und so sind Jugendsünden wie das Feminismus-Baschen wieder in. Nach unzähligen Videos von unter anderem KuchenTV oder dem Superstar Kluter hat sich nur noch Alpha Kevin an das Thema herangetraut und sich da meiner Meinung nach ein bisschen blamiert. In diesem Video werde ich also darlegen, was ich denn genau daran schlecht finde und wo die Vergleiche schwach sind, schlichtweg Falschaussagen fallen und Alpha Kevin Tür und Tor für neue Rechte öffnet. Aber zuallererst mal ein Disclaimer. Ich gehe nicht davon aus, dass Alpha Kevin irgendwie rechts oder sonst irgendwas gegen Frauen, Transpersonen oder so ähnliches hat. Ich bin lediglich der Meinung, dass er durch das Konsumieren von KuchenTV-Videos einfach einen gewissen Teil seiner kognitiven Fähigkeiten eingebüßt hat und von KuchenTV so ein bisschen mit diesem Die bösen Feministinnen mit ihrem blöden Männerhass-Dogma angesteckt wurde. Vor allen Dingen, wer sagt denn, dass diese Personen Feministen sind? Also so richtige, normale Feministen sind. Vor allen Dingen habe ich nicht sogar mal im Video gesagt, dass es schon gar kein Feminismus mehr ist, was dort gesagt wird. Dass es einfach nur Männerhass. Ich würde nicht sagen, dass Feminismus Männerhass ist. Oder dass es blöde Feministen sind, weil Feministen oder FeministenInnen ist ja was Gutes. Und ich habe auch noch nie gesagt, dass Feminismus was Schlechtes ist oder so. Ich glaube, hier wird schon von Grund auf ein Bild dargestellt, was so eigentlich gar nicht stimmt. Ich würde nicht Feminismus als schlecht oder ich würde das nicht schlecht reden, weil das steht für Gleichberechtigung. Für Gleichberechtigung stehe ich ebenfalls. Mir geht es nur viel mehr darum, dass es Leute gibt, die zu sehr übertreiben beziehungsweise die einfach nur Männerhass betreiben, was schon kein Feminismus mehr ist. Und den benutze ich in diesem Video Ausschnitte aus seinem Video und damit rein ins Video. Vielleicht kennt schon der ein oder andere von euch den TikTok-Kanal Mitreden. Ich selber bin ja nicht weiter auf TikTok, aber ihr habt mir das des Öfteren empfohlen. Und QNTV hat dazu auch schon mal ein Video gemacht und ich habe mir schon das ein oder andere Video von denen angeschaut und dachte mir nur so, warum wird sowas auch wirklich noch unterstützt? Okay, der erste Punkt wird sein, dass ich gesagt habe, der wird von Funk betrieben, was auch ein Fehler war. Und jeder Haushalt bezahlt so im Schnitt um die 200 Euro GEZ-Gebühren pro Jahr, um solche Kanäle mit zu unterstützen und zu finanzieren. An der Stelle direkt mal die erste Falschaussage. Nummer 1, der TikTok-Kanal Mitreden wird nicht von Funk betrieben. Das ist Next Level gilt bei Association, weil nur eine der beteiligten Personen bei Funk ist. Es steht sogar explizit in deren TikTok-Bio drin. Ich gehe jetzt nicht von irgendeiner Absicht aus, aber man kann definitiv nächstes Mal besser recherchieren. Nummer 2, die Rundfunk... Habe ich auch direkt, nachdem das Video dann online war und es wurde geschrieben, hier, da ist gar nicht von Funk, habe ich direkt das nochmal umgeändert. Beziehungsweise habe ich in den Kommentaren, ja, angepinnt, dass es nicht von Funk ist und auch in der Beschreibung nochmal. Aber es stimmt, ja, war falsch. Funk-Gebühren heißen nicht mehr GEZ. BZW gibt es die GEZ schon seit ungefähr 8 Jahren nicht mehr. Und sie wurde durch den pauschalen Rundfunkbeitrag, der durch den ARD-ZEF-DR Beitragsservice eingezogen wird, ersetzt. Warte, 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 warte. Nächstes Mal besser recherchieren. Nummer 2, die Rundfunkgebühren heißen nicht mehr GEZ. BZW gibt es die GEZ schon seit ungefähr 8 Jahren nicht mehr. Und sie wurde durch den pauschalen Rundfunkbeitrag, der durch den ARD-ZEF-DR... Ja, Rundfunkgebühren. ...Beitragsservice eingezogen wird, ersetzt. Alleine das Benutzen des Begriffes GEZ nach 2012 lässt mich ein bisschen vermuten, dass du sehr viel von anderen aufgesaugt hast, die immer von den Arschlöschlemmen gehen. Also nur mal so, ich bezahle ja dorthin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei meinen Eltern wohne und deswegen nicht weiß, wohin das Geld geht. Ob das jetzt Rundfunkgebühren sind oder GEZ oder das GEZ ist, ist ja das gleiche, weißt du. Von daher, den Punkt fühle ich jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube, jeder sagt immer noch zu Rundfunkgebühren GEZ, weil es einfach GEZ sind. GEZ Zwangsgebühren-Fasel. Oh weia, das heißt aber jetzt anders, scheiße. Aber an sich juckt das für den Inhalt auch nicht weiter, weil der beste Teil kommt noch. Doch was ich dort rumtreibe, das sind meine Augen leider etwas Fremdscham und ich werde jetzt gleich darauf eingehen, warum denn das eigentlich Fremdscham ist. Kommen wir zum ersten Thema und zwar geht es jetzt um das Periodenshaming. Sag mal, kann es sein, dass man bei jedem Wort, was es überhaupt so auf dieser Welt gibt, das Wort Shaming hinten dranhängen kann, damit es möglichst cool klingt? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas gegen Fußball hat, heißt das dann Fußballshaming oder Footballshaming, damit das cool klingt? Naja, egal. Beim Periodenshaming geht es zum Beispiel unter anderem darum, dass zum Beispiel in der Werbung kein echtes Blut bei der Periode gezeigt wird. Schaut euch das Ganze einfach mal selber an. Zwei Milliarden Menschen haben ihre Tage und das Blut in der Tamponwerbung ist immer noch blau. Oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens Periodenshaming. In irgendwelchen Horrorfilmen gucken wir zu, wie das Blut nur so spritzt. Aber Periodenblut ist eklig? What the fuck? Es wird Zeit, die Periode zu normalisieren. Ohne die wären wir nämlich alle gar nicht da. Ohne die wären wir nämlich alle gar nicht da. Habt ihr das gehört, Leute? Okay, also die Frau, die möchte jetzt eine Werbung mit einem Horrorfilm gleichsetzen. Darüber kann man durchaus diskutieren. Aber eine richtige Message, wie die Entstigmatisierung der weiblichen Regelblutung so ins Lächerliche zu ziehen, ist nicht unbedingt förderlich. Und ganz nebenbei wird der Horrorfilm nicht mit der Werbung verglichen. Es zeigt eigentlich nur, wie selbstverständlich es für Leute ist, sich irgendwelche Filme mit Splatter bis zum Geht nicht mehr anzusehen, aber die Periodenblutung, die biologisch einem jeden femininen Körper jenseits der Pubertät bis in die Wechseljahre auferlegt wurde, als eklig anzusehen und diese zu stigmatisieren. Milliarden von Frauen haben jeden Monat Krämpfe, bluten wie die Niagarafälle und verlieren wichtige Mineralien über das Blut und müssen sich aus irgendwelchem Grund immer noch dafür schämen. Dann kommt ein TikTok-Kanal mit Reichweite. Ja gut, was heißt Schämen? Ich glaube, in der heutigen Welt ist das relativ normal oder wird es halt viel mehr akzeptiert, dass Frauen ihre Tage haben. Ich finde das jetzt, also keine Ahnung, ob das wirklich noch als so widerlich angesehen wird oder ob man das immer noch als extremes Tabuthema sieht. Aber mir geht es persönlich in dieser Werbung darum, dass es halt einfach tagsüber läuft und auf Kinder halt verstörend wirken könnte, ja. Wenn dort einfach Blut in der Werbung zu sehen ist, weil es kommt sonst auch nicht Blut einfach vor, ja. Also wenn du den Horrorfilm anschaust, lässt du dich bewusst darauf ein, dass dort Blut fließt und dass es realistische Darstellungen sind. Das sage ich nicht ganz. Darüber aufklären und das Ding auflockern. Dann kommen Meinungsblogger daher und hetzen ihre Kinder-Fanbase mit ihrem Ben Shapiro-Halten. Vor allem ihre Kinder-Fanbase, das ist auch immer so geil. Das ist immer der geilste Punkt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das sind so diese Punkte, die man früher auch mal so genommen hat, damit man irgendwie nochmal einen krassen Punkt setzen kann. Das Ding auflockern, dann kommen Meinungsblogger daher und hetzen ihre Kinder-Fanbase mit ihrem Ben Shapiro-Halbwissen drauf. Und wie leichtfertig du dagegen basht, verdeutlicht eigentlich nur, dass du als weißer Mann davon nicht betroffen bist und deine schlimmsten Probleme im Leben, deine verpasste Twitch-Partnerschaft und deine gelben Videos sind. Weißt du, Alpha Kevin, hinter dem Wort Periodenshaming steckt viel mehr, als dass irgendwelche bösen Feministinnen überall das Wort Shaming dranhängen wollen, damit es böse klingt. Es ist nur ein verficktes Problem und das scheinst du bisher noch nicht wirklich gekannt zu haben. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, liebe Frau. Ja, gut. Also ob das, ich weiß nicht, ob das ein extrem krasses Problem ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt das überkrasse Problem ist. Ja, klar, über Periode kann man natürlich diskutieren. Ich persönlich finde trotzdem, und ich finde das eine Person, meine Meinung einfach, dass wenn in der Werbung das Ganze mit Blut gezeigt wird, also persönlich habe ich generell noch nicht viel Periodenwerbung gesehen, aber wenn dort das mit Blut gezeigt wird, finde ich, könnte das verstörend wirken, ja. Ja, ist halt so, also so stelle ich mir das vor, dass das verstörend wirken könnte. Und die Leute, die kein Blut sehen können oder die das einfach scheiße finden, die würden dann diese Werbung, die würden ja nicht wissen, was gerade für eine Werbung kommt. Und auf einmal kommt so eine Werbung und die, keine Ahnung, die können das nicht vertragen oder kotzen dann oder was, meinst ich. Ich weiß nicht. Ich persönlich sehe das trotzdem noch anders, ja. Also egal, ob das faktisch falsch ist, ja, wie ich jetzt hier gerade argumentiere, ist halt meine persönliche Meinung, dass ich das einfach verstehen kann, weshalb dann eine andere Farbe genommen wird, beziehungsweise weshalb da Glitzer genommen wird. Frau, äh, sorry, Frau innen. Ist vielleicht dieser Frau schon mal aufgefallen, dass Horrorfilme ab 18 sind und man sich dahingehend auch darauf einlässt, dass dort sehr realistisch das Blut fließt, zumal es ja auch Menschen gibt, die kein Blut sehen können oder es auch für kleinere Kinder leicht verstörend wirken kann, wenn dort ein Wachstum in der Werbung ist. Zuallererst, merkt euch dieses Frau innen für später, das brauchen wir noch. Und zum Blut. Das mag schon sein, dass manche kein Blut sehen können, aber dennoch tragen wir alle Blut in uns. Oh, weia, ja, genau das ist der Punkt. Bei einem vierjährigen Kind fließt, ob du es mir glauben willst, keine lila Milka-Kuhmilch durch die Adern und das gehört zur Entstigmatisierung dazu. Man muss sich dem bewusst werden, dass Blut, insbesondere das Blut in der Periode, eine der normalsten Geschichten der Welt ist. Okay, dann erzähl das mal jemand, der Blut nicht sehen kann. Ja, dann erzähl das jemandem, der Blut nicht sehen kann. Ich persönlich kenne eine Person oder kannte gerade in der Schule, hatte ich eine Person, sobald die Blut gesehen hat, wurde der so schwindelig, dass sie bewusstlos wurde. Ja, die hat sich mal an einem Stück Papier geschnitten, dann war die bewusstlos, dann musste der Notarzt geholt werden. Aber erzähl das mal bitte jemandem, der dieses Problem hat. Ja, du trägst ja Blut in dir, also kannst du Blut sehen. Bestes Argument an der Stelle. Und sich niemand dafür schämen muss. Und unabhängig davon kenne ich bisher keine Person, die sich da angeht ungerecht behandelt gefühlt hat, nur weil in der Periodenwerbung kein echtes Blut genommen wurde. Ah, jetzt kommt schon wieder das Jürgen-Milski-Argument, Achtung. Sondern Farbe. Nein, Alpha Kevin, man argumentiert nicht mit ich kenne keinen, der blablabla, sondern mit Thesen, Begründungen, Fakten und so weiter. Anekdotische Evidenz ist am Ende vielleicht eine ganz schöne Sache zum Abrunden, aber nicht direkt am Anfang einer Argumentation. Es geht auch nicht in allererste Linie um Werbungen an sich, sondern dass eine Werbung mit normal gefärbtem Blut auch zur Entstigmatisierung beitragen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Aber hey, wer sich über so eine banale Sache namens Periodenshaming aufregt, der regt sich bestimmt auch die ganze Zeit über Männer auf, oder? Kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt um das Thema Körperbehaarung bei Männern und Frauen. Boah ey, kannst du dir mal deine Achseln rasieren? Das ist ekelhaft. Warum? Rasierst du dir deine? Ne, ich bin auch ein Mann. Aber du hast doch da Haare und ich hab da Haare. Mädels und Jungs, ob ihr euch rasiert oder nicht, völlig egal. Hauptsache, es ist eure Entscheidung. Your body, your choice. Geht auch für Haare. Da hat sie ja klar recht, dass jeder seine Entscheidung treffen darf über seinen Körper. Aber auch hier kenne ich jetzt persönlich auch keine Person, die gezwungen wird, sich zu rasieren. Sei es Mann oder sei es Frau. Oh, dass die Menschen sich nun mal rasieren, liegt vielleicht daran, dass es das gesellschaftliche Bild von Mann oder auch Frau ist, dass Rasieren halt hygienischer aussieht oder schöner aussieht. Das ist halt dieses Schönheitsideal, was wir alle irgendwo beigebracht bekommen. Damit hast du vollkommen recht, Alpha Kevin. Aber wer sagt, dass diese Schönheitsideale, die wir vor der Pubertät unreflektiert von Germany's Next Topmodel oder aus irgendwelchen Klatschblättern, die irgendwelche schmierigen C-Promi-Stalken übernommen haben, so gut sind? Wir leben nun mal in einer Zeit... Ja klar, es muss ja nicht gut sein. Deswegen habe ich ja auch selber nochmal dazu erwähnt, dass jeder für seinen Körper selber verantwortlich ist und jeder dann damit auch umgehen muss, ja. ...in der Mann und Frau gleichberechtigt sind oder zumindest sein sollen. Und dort sollte man so rumlaufen, wie man will, solange man nicht gegen geltendes Recht verstößt. Ja. Alles klar, Herr Kommissar. Dieser Post hat quasi gegen die Schönheitsideale der westlichen Welt geschossen, die unsere Psychiatrien mit elfjährigen Mädchen mit Essstörungen geflutet haben, weil diese den BMI des Slendermans oder einer Barbie-Puppe mit 41 Zentimeter Teil in Umfang nach haben wollen. Obwohl eine lebende Barbie-Puppe nur begrenzt lebensfähig wäre, da sie mit ihrem dezenten Untergewicht nicht fähig wäre, Nachwuchs zu zeugen, zu laufen und ihr sowieso einige Organe fehlen müssten. Verstehst du den Punkt jetzt so ungefähr? Aber in meinen Augen habe ich bisher auch mal niemanden gesehen, der gezwungen wurde, dass er sich rasieren soll. Also keine Ahnung, wie die schon wieder auf diese Annahme kommen, dass nur Männer die ganze Zeit den Frauen befehlen, dass sie sich rasieren müssen. Und wenn man sich den Kanal noch ein bisschen genauer anschaut, dann wird einem bewusst, dass es hierbei nicht um Feminismus geht, also um Gleichberechtigung von Mann und von Frau, sondern hier wird die ganze Zeit eigentlich bloß ein Geschlecht schlecht geredet und das ist der Mann. Aber das werden wir im Laufe des Videos noch mitbekommen, wie zum Beispiel auch unter anderem in diesem Clip. In Germany we don't say... Warum in aller Welt wird hierbei extra ein Schnauzer getragen, um nochmal zu zeigen, dass es ja nur bei Männern der Fall ist, dass die sich über irgendwelche Transpersonen lustig machen. Ist ja nicht so, dass es auch weibliche Personen gibt, die sich genauso darüber lustig machen, über irgendwelche Geschlechter. Was natürlich nicht cool ist, aber was halt auch existiert. Weil der Punkt ist, dass die Mehrheit der Personen, die sich über Transpersonen lustig machen und diesen seit über sechs Jahren unlustigen Ich identifiziere mich als Apache-Kampf-Helikopter-Joke bringen. Nun mal Männer sind, klar, das sind hin und wieder auch Frauen, aber vor allem... Ich hoffe, er blendet auch Statistiken ein, dass es auf jeden Fall auch so der Fall ist. Ja, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, gibt es genau bei beiden Geschlechtern Leute, die sich halt darüber lustig machen. Was nicht gut ist, ja, was ich nicht befürworte. Aber woher will man wissen, dass jetzt die Männer die Leute sind, die sich darüber lustig machen, können genauso auch die Frauen sein. Mir geht's doch bloß darum, dass bei jedem Clip, wo irgendwas schlecht geredet wird, dass da ein Schnauze aufgesetzt wurde. Ja, und dass bei jedem Video, da wurde nicht einmal die Frau kritisiert oder so, oder dass das Problem mal bei der Frau liegt, sondern bloß bei Männern. Und das ist halt das Ding. Dann sind es Männer, die sich davon getriggert und in ihrer fragilen Maskulinität von anderen Geschlechtsidentitäten angegriffen fühlen. Aber was haben wir uns noch von vorher gemerkt? Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, liebe Frau. Äh, sorry, Frau-Innen. Ist das nicht der, der gestorben ist? Ist das nicht dieser Mr. Wichser? Ich glaube, es ist ein Rapper, der ist gestorben. Du als heterosexueller weißer Mann bestätigst doch quasi, was sie sagt, weil du aus deiner Stellung als von solchen Dingen unbetroffener Person genau das gesagt hast, was sie dem Clip mit dem Schnauz davor gemacht hat. Du hast zwar nicht denselben Spruch gebracht, aber dich mit dem Lifanemim-XD-Spruch über das Gendern und die damit verbundene Normalisierung aller Geschlechtsidentitäten lustig gemacht, weil du es albern findest. Das hätte ich angerufen. Ja, ich persönlich finde das auch albern, in meinem Sprachgebrauch innen überall hinzuzufügen. Ist einfach so. Also keine Ahnung, es ist halt, also wisst ihr, es ist halt so irgendwo meine Ansicht, ob das faktisch jetzt gut ist oder nicht gut ist oder auch subjektiv gut ist oder nicht gut ist. Ich möchte nicht in meinem Sprachgebrauch die ganze Zeit sagen, ja, also liebe SchülerInnen, liebe SpielerInnen, liebe BürgerInnen, MeisterInnen, also ZuschauerInnen, also ob ich mein Leben lang nichts zu tun habe und überall das innen hinsetzt, ja, dann sollen die die Sprache so gestalten, dass es neutral klingt, ja, dass es, was weiß ich, es gibt zum Beispiel schon so Sachen wie Studierende, ja, da wird niemand angesprochen. Weder Mann noch Frau sind einfach Studierende, anstatt Schüler oder SchülerInnen. Dass man das halt einfach so nimmt, aber mit diesem Gendersternchen finde ich persönlich eine absolute Scheißlösung. Also es ist halt so meine Meinung, man kann eine andere Meinung haben, da habe ich auch gar kein Problem mit, aber ich finde es absolut wack. Deswegen, das Video an sich ist bisher gut, es ist qualitativ gut. Und nein, die Männer werden dadurch nicht schlecht geredet. Das haben die Männer mit tausenden Jahren struktureller und systematischer Unterdrückung der Frauen selber geschafft. Wer auf das Aufmerksam machen, auf Probleme nur mit dem Männerhassstempel oder der Männerhasskeule antworten kann, hat entweder zwei Eltern, die Geschwister sind, ein Vater, der bei Fortnite arbeitet oder ganz schlicht und ergreifend eine massive kognitive Dissonanz. Man merkt übrigens auf diesem ganzen Kanal, Okay, also dann sind meine Eltern Geschwister. Ich meine, dann ist es halt so, das ist halt sehr schade. Das ist nur die Rolle des Mannes, die ganze Zeit schlecht geredet wird oder als schlechtere Person rüberkommt, die über die Frau bestimmt. Machen wir dazu zum Beispiel mal weiter mit dem nächsten Beispiel. Drittes Geschlecht, immer diese neuen Trends von so Einhörnern. Hier schon wieder, es wird schon wieder nur ein Schnauze aufgesetzt, damit diese Personen mitbekommen, dass ja nur die Männer das Problem verursachen und nicht die Frauen das Problem verursachen. Und man muss auch einfach sagen, das, was die auch erzählen, das stimmt halt auch einfach gar nicht. Also wenn sie doch wirklich für Feminismus, also für Gleichberechtigung sind, dann müssten sie doch auch mal die Rolle der Frau sehen, die ebenfalls auch teilweise Fehler macht. Aber wenn wir diesen Kanal anschauen, dann denkt man, dass die Frau fehlerfrei ist und diese Probleme nur von den Männern verursacht werden. Denn für umsonst wird sich nicht bei jedem schlechten Clip dieser Schnauze aufgesetzt. Natürlich gibt es auch Frauen, die so ein Scheiß labern. Aber die Mehrzahl sind nun mal Männer. Die Männer sind immer diejenigen, die aus ihrer Position sich immer wieder in Themen einmischen von Mich wird es halt wirklich, Mich wird es halt wirklich interessieren, woher er der Meinung ist, dass es halt immer großteils die Männer sind. Er weiß es halt selber nicht, möchte jetzt aber mich verbessern, aber blendet halt nichts ein, um das zu widerlegen, sag ich mal, um meinen Punkt zu widerlegen. ...denen sie keine Ahnung haben und als Meinungsblogger müsste man auch das Stilmittel der Hyperbel, das ganz klar auf dem Kanal mit eingesetzt wird, kennen. Zu deutsch die Übertreibung. Hier wird auf, zumindest für 14-Jährige, auf unterhaltsame Art und Weise auf Probleme, die von Männern kommen, aufmerksam gemacht. Es ist so und war auch immer schon so gewesen, dass Männer das Unterdrücken der BZW-Dominantere Geschlecht sind. Er sagt einfach nicht beziehungsweise sondern BZW. Ich muss mich da immer noch mal kurz konzentrieren, was er dann danach sagt, also. Es ist so und war auch immer schon so gewesen, dass Männer das Unterdrücken der BZW-Dominantere Geschlecht sind, dessen Willen auch immer eher durchgesetzt wurde. Alte weiße Männer sind die Idioten, die in der Politik über Abtreibung reden wollen, obwohl sie selber davon nicht betroffen sind und Frauen von No Reason ans Bein pissen. Männer sind auch die Geschlechtsgruppe, die in den BKA-Statistiken 2018 bei Nötigungsdelikten sexueller Natur die Nase überproportional vorn haben, da diese anscheinend immer noch zu blöd sind ihre Triebe nicht an anderen Menschen sondern an ihrer rechten Hand abzubauen und dann auch noch überall den Frauen die Schuld dazugeben, weil sie irgendwie zu knapp gekleidet sind oder sonst was. Dazu kommen auch noch ungefragte Schwanzbilder, Catcalling und andere gesellschaftliche Probleme. Es hat auch wieder so eine Sache wie zum Beispiel Schwanzbilder. Ja, es gibt Menschen, es gibt Männer, die sind so dumm und machen sowas. Gleichermaßen gibt es Frauen, die genau sowas machen. Das mit dem Catcalling jetzt nicht unbedingt, also kenne ich jetzt nicht wirklich Frauen, die das machen, deswegen würde ich schon sagen, das eher so die männliche Seite betrifft. Aber ich zum Beispiel hatte auch auf Instagram auch immer wieder Bilder gehabt von irgend, ich weiß nicht, ob es Bots waren oder ob es auch, das waren auch private Kanäle, wo ich, da wurde mir ein Foto gesendet, ich drücke aufs Foto, wurde mir dort einfach, einfach eine nackte Frau gezeigt, wisst ihr? Also von der Person selber, wo ich mir so denke, was habt ihr jetzt gerade davon? Also von daher, ich denke, es gibt, auf beiden Seiten gibt es diese Fälle. Klar, von Männern ist wahrscheinlich da das Problem größer, das würde ich auch jetzt einfach mal so pauschal sagen, auch wenn ich jetzt nicht zu 100% weiß, aber ich finde, man sollte, gerade wenn man in einem Video etwas verbessert darstellen möchte, sollte man das auch wenigstens teilweise widerlegen können oder auch belegen können, dass es so ist. Probleme, die von Männern verursacht werden. Und dann heulen irgendwelche Leute über den bösen Männerhass. Wie viele Männer sind denn die letzten Jahre so mit dem Motiv Männerhass ermordet worden? Hmm. Jedoch haben sie diese Perspektive von einer Frau auch noch nie aufgezeigt. Dementsprechend ist hier bloß einseitiger Hass gegen Männer, der hier gezeigt wird, zumindest in meinen Augen. Und aufgrund dessen, dass das auch mehrfach kritisiert wurde, da KuchenTV ein Video gemacht hat und viele kleinere YouTuber auch schon Videos dazu gemacht haben, wurden sie natürlich auch dementsprechend häufig kritisiert. Und da sie ja jetzt jede Menge Kritik in den Kommentaren lesen mussten, dachten sie sich so, nee, die Kommentare, die können wir nicht so stehen lassen. Ihr filtert einfach jeden Kommentar, der auch nur ansatzweise kritisch ist. Wie ihr anscheinend bemerkt habt, haben wir die Kommentarfunktion eingeschränkt. Dazu haben wir uns entschieden, weil in unseren Kommentaren so viele diskriminierende, menschenverachtende und gewaltvolle Kommentare stehen, die wir nicht tolerieren. Wenn ihr solche krassen Aussagen selbst nie gelesen habt, dann liegt das daran, weil unser Team hier wochenlang versucht hat, mit dem Löschen der Kommentare hinterher zu kommen. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei davon. Ach so, und wenn dann bloß diskriminierende und gewalttätige Kommentare unter den Beiträgen stehen, dann kann ich das natürlich komplett verstehen. Aber komisch, dass dieses Video mit über 500.000 Aufrufen gerade mal 29 Kommentare hat. Abgesehen davon, dass die Kommentare nicht wirklich jucken, weil das ja ein gutes Recht ist, sie zu löschen, wie sie lustig sind, sollte das der Community von dir und vor allem der Kinder-Community von Kuchen zu denken geben, weil diese mit aufgeschnappten All-Right-Begriffen wie SJW oder Feminazi irgendwelche Feministinnen mit Nazis in Verbindung bringen. Ach so, die 10.000 Kommentare, die drunter geschrieben wurden, waren alle von mir und von KuchenTVs Community mit Kommentaren wie Feminazi oder sowas. Also auch absolut loste Aussage, zumal diese Kommentare schon entstanden sind, bevor ich oder bevor auch KuchenTV solche Videos gemacht hat. Oder einfach in eine bestimmte Ecke schieben und irgendwelche Scheiße in die Kommentare schreiben, die nichts bringt. Es gibt nach der K-Pop-Community wohl keine toxischere Community im deutschen Raum als KuchenTV-Abonnenten, die sich so dann in Kruger-mäßig, die sich so dann... Verpiss dich, du Scheißfliege! Meine Fresse, ich nimm was auf, du Bastard! Es gibt nach der K-Pop-Community wohl keine toxischere Community im deutschen Raum als KuchenTV-Abonnenten, die sich so dann in Kruger-mäßig für argumentativ überlegen halten und sich eigentlich nur durch billige Ad hominem, Strohmann- und Brunnenvergifter-Rhetorik auszeichnen. Ihr hängt so in eurer toxischen Männer-Hass-Opfer-Komplex-Scheiße fest, dass ihr völlig den Bezug zur Realität und den reell durch Männer verursachten Problemen verliert. Was man von der Content-ID-Geschichte erhalten will, sei ihm selber belassen. Ich find das auch nicht cool, aber auf jeden Fall liegt das jetzt nicht daran, dass Funk oder irgendwer euch jetzt gezielt klein halten will. Es liegt einfach nur daran, dass Content-ID Content erkennt und pam, wegsperrt. Ihr habt auch nicht mal einen Strike dafür bekommen, sondern das Video wurde einfach nur weggeblockt. Aber am Ende des Tages wird schön auf Twitter geheult von wegen Mö, Zensur, Mö, Das Problem ist einfach nur, dass das YouTube-Meldel-BZW-Strike-System seit Jahren von Grund auf fehlerhaft und kacke ist. YouTube immer mehr coole Features entfernt, das YouTube-Studio zu einem Überraschungsei umgebaut hat, in dem man nichts mehr findet, viele Kanäle von No Reason einfach down gehen und diese Großkapital-Bonobos auf ihren fetten Erschen uns das als Fortschritt verkaufen wollen. Na, herzlichen Glückwunsch, YouTube. Aber zurück zum Thema. Weißt du, Alpha Kevin, ich halte dich eigentlich für einen ziemlich coolen Typen. Aber mach dir die Lage doch bitte nicht einfacher als es ist und argumentiere dich nicht in Dinge herein, von denen du eher weniger Ahnung hast und bleib lieber bei irgendwelchen Low-Hanging-Fruits wie Gewitter im Kopf, Kevin Wolter, C-Max, Umut Abi oder Justin Playback. Aber von den Zielen des modernen Feminismus... Ich kann euch jetzt schon mal sagen, klar werden es auch andere Themen sein, die ich jetzt demnächst auch wieder anspreche, aber ich werde safe trotzdem weiter solche Videos machen. Ja, weil erstens diese Videos machen Spaß und zweitens man kann sich damit auch noch ein bisschen auseinandersetzen und ja, ich kann auch meine Meinung dazu sagen. Meine Meinung bleibt immer noch gleich, muss ich ehrlich sagen. Ich empfinde, das Video ist qualitativ gut geworden, gar keine Frage. Ich habe auch nichts gegen Sigmund, aber ich finde, dass meine Meinung einfach grundsätzlich anders ist als seine. Ja, und dass ich die Punkte, die er jetzt zum Großteil angesprochen hat, einfach, ja, nicht so sehe wie er. Zumal er auch Sachen nicht belegt hat, ja, also er hat gesagt, es ist nicht so, es ist nicht so, aber sagt dann auch, nee, oder zeigt dann nicht auf, dass es so ist, weißt du, oder dass es eben nicht so ist. Nee, gerade zu Statistiken, ist es denn so, dass die meisten Männer gegen Trans, Transsexualität sind, sage ich mal, oder sich darüber lustig machen. Oder sind es auch Frauen? Das sind halt solche Sachen, so da, ist halt schwierig, sage ich euch so, wie es ist. Ich meine, wie gesagt, ich habe kein Problem mit ihm. Ja, von mir aus kann der sagen, dass meine Eltern Geschwister sind, aber dann, ja, ist halt seine, ist halt so sein, sein Argument dann. Nee, da habe ich kein Problem mit, aber, keine Ahnung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch nicht zu 100% gefühlt, also den Inhalt des Videos habe ich nicht zu 100% gefühlt. Das hast du ungefähr so viel verstanden, wie Marlene Mortler damals von den Drogen. Aber macht nichts, Menschen können sich ändern und vielleicht ist dein Verständnis in Zukunft besser dafür und hört bitte auf, irgendwelche neue rechten Begriffe, Thematiken und so weiter aufzugreifen. Das mag vielleicht ganz nett Klicks geben, aber am Ende des Tages habt ihr eine gewisse Vorbildfunktion, ob ihr es wollt oder nicht. Und wenn ihr Gender Mainstreaming, Gendern und andere Ideen zur Entstigmatisierung von Minderheiten und ihren Problemen weiterhin so ins Lächerliche zieht und missversteht, dann seid ihr wohl kaum besser, als das, wogegen ihr vorgebt zu sein. Euch noch ein schönes Osterfest und bis dann. Peace. Ja, gut. Also ich, ja, also das Video fühle ich jetzt nicht wirklich. Es ist, es ist gut gemacht, gar keine Frage. Die, die Inhalte feiere ich jetzt nicht so krass. Äh, was, was ich halt nicht so feiere, ist, ist wirklich der, also wirklich, es ergibt keinen Sinn, dass er diesen Kommentar schreibt, dass er schreibt, dass ich eine Freundin habe, aber halt dann nur herablassende Scheiße zu ihr sage. So, es ist einfach nicht wahr und ich finde, das ist einfach jetzt, gerade eben in den Kommentaren schon eine Behauptung, wo ich mir so denke, also warum, also hast du jemals einen Stream von mir angeschaut oder hast du bloß einen Stream angeschaut, wo du es wirklich ernst gemeint oder ernst genommen hast, als ich vielleicht zu meiner Freundin irgendwas Lustiges gesagt habe. Gut, muss man halt dann selber abwägen, inwiefern man das, äh, ja, dann hier so schreiben möchte und muss, keine Ahnung. Und wie, 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 und wie, wie, die, die い wie, ,